Die Rennfahrer Der Martin, ein Kapitel für sich. Da ist ein komischer Vogel und der möchte immer im Mittelpunkt stehen. Willkommen zu Tupus Trophy am heutigen Montag. Niemand weiß, wo er ist. Echt typisch. Wir hoffen mal, dass er bald wieder da ist. Auf der TT-Strecke darfst du dir keinen Fehler erlauben. Er hat was von der alten Schwede, so wie wir damals waren. Sein Kampfgeist ist unglaublich. Ich versuche es weiter. Ich gebe nicht auf. Einfach unglaublich. Das ist wirklich mit nichts zu vergleichen. Mein Gefühl sagt, dass Guy gewinnen wird. Guy Martins schnellste Runde, die er je gefahren ist. Die TT ist das stärkste Rennen, das du je in deinem Leben fahren wirst. Du läufst Gefahr, schwerste Verletzungen davon zu tragen. Vielleicht sogar noch Schlimmeres. Jeder kann morgen seinen Partner verlieren. Die Gefahr und die Aufregung der TT kannst du nicht lieben, ohne dir bewusst zu sein, dass du ein Teil davon bist. Viele gehen gerne in den Pub. Viele vögeln gerne, ist ja in Ordnung. Ich habe nichts dagegen. Die Leute haben eben verschiedene Dinge, die sie antreiben. Guy Martins, der TT, die Runde seines Lebens. Wird das reichen? Ist das hier heute sein erster Sieg? Wahnsinn. Grüße. Wir fören Sie 아니면 mehr an der SW-2-3-4-4-5-2-ностigen. Untertitelung des ZDF, 2020